Die zu veräußernde modernisierte 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Berlin-Lichtenrade. Das Objekt wurde 1910 erbaut und wird über eine Gas-Etagen-Heizung beheizt. Die Wohnung ist barrierefrei zugänglich. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer sowie ein Badezimmer. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 75 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 155.500 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.